Hallo alle zusammen, hier ist Sascha vom B-Secure-Team. Bei B-Secure setzen wir uns für eine sichere und positive Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen ein. Dies ist das erste von sechs interaktiven Videos, die sich um unsere speziellen Smart-Regeln drehen. Hier sind sechs einfache Tipps, die euch helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört. Natürlich erfahrt ihr hier nicht alles, was ihr wissen müsst. Aber wir glauben, dass es ein guter Anfang ist. In diesen Videos werden wir euch viele Fragen stellen und etwas Zeit lassen, um euch über eure Ideen auszutauschen. Es wäre wirklich toll, wenn Erwachsene und Kinder diese Videos zusammen durcharbeiten könnten. Und achtet auch auf unsere drei Challenges am Ende. In diesem Video werde ich die S-Regel erklären. Eure erste Aufgabe ist zu erraten, wofür das S steht. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann müsste euch aufgefallen sein, dass ich das Wort schon zweimal gesagt habe. Denn es ist uns bei B-Secure wirklich wichtig. Ich gebe euch zehn Sekunden Zeit, um alleine oder gemeinsam mit anderen zu überlegen, wofür das S steht. Los geht's! Okay, wie ist es gelaufen? S steht für Superheld. S steht für Sandwich. S steht für Scharf. Die mögen wir bei B-Secure zwar alle, aber tatsächlich steht S für sicher. Bravo, wenn ihr das erraten habt oder schon wusstet. Wir kommen gleich auf das S zurück, aber zuerst muss ich euch noch jemanden vorstellen, dessen Name auch mit S anfängt. Das ist Sammy. Sammy ist hier, um euch zu helfen. Haltet also nach Sammy Ausschau, während wir die Themen durchgehen. Sammy scheint eine Frage zu haben. Sammy möchte wissen, was für Sachen teilen die Leute online? Hm, gute Frage, Sammy. Nehmen wir uns nochmal zehn Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Los geht's! Danke, Sammy. Bei B-Secure finden wir, dass das Internet positive und inspirierende Möglichkeiten bieten kann. Und hier sind drei Dinge, an die ich gedacht habe. Das erste, was mir eingefallen ist, sind Fotos. Ich teile echt gerne Fotos von dem, was meine Familie und ich unternehmen mit anderen Familienmitgliedern. So wie das hier. Ich habe auch an Kommentare gedacht. Wenn jemand etwas teilt, das euch gut gefällt, zum Beispiel ein selbstgemaltes Bild oder etwas anderes selbstgemachtes, dann könnt ihr es der Person auch sagen. Außerdem dachte ich an Videos. Manche Leute machen gerne gerne tolle Videos und teilen sie, damit viele Leute sie ansehen und genießen können. Es ist super, dass wir dank Sammy darüber nachgedacht haben, Dinge online zu teilen, denn das bringt uns zurück zur S-Regel. Bei der S-Regel geht es auch ums Teilen und diesmal habe ich eine Frage für euch. Welche wichtigen Informationen über uns müssen wir für uns behalten, wenn wir online sind? Es gibt bestimmte Dinge über uns, die wir für uns behalten und anderen nicht verraten sollten, wenn wir online sind. Fallen euch ein paar Beispiele ein? Ihr könnt selber überlegen, wie ihr es machen wollt. Sagt sie laut oder schreibt sie auf. Ihr könnt zusammenarbeiten oder gegeneinander antreten. Ich gebe euch jetzt 20 Sekunden Zeit zum Überlegen. Ab jetzt! Noch 5 Sekunden. Und wie ist es gelaufen? Hier sind ein paar Ideen, die euch vielleicht eingefallen sind. Wo ihr wohnt, der Name eurer Schule, euer Geburtsdatum, wie ihr ausseht, eure Telefonnummer. Wie nennt man diese Dinge? Wenn ihr euch nicht sicher seid, kann Sammy vielleicht helfen. Ah, Sammy hat wohl zugehört. Sammy hat euch ein paar Buchstaben mitgebracht, um euch zu helfen. Kennt ihr diesen Begriff? Sagt ihn laut oder flüstert ihn der Person zu, die neben euch sitzt. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht, könnt ihr das Video anhalten. Bravo, wenn ihr es herausgefunden habt. Die Antwort ist persönliche Informationen. Um uns das näher anzusehen, spielen wir jetzt ein Spiel. Das Spiel heißt, für sich behalten oder verraten. Wie geht das? Auf dem Bildschirm seht ihr Sachen, die Leute online teilen könnten. Wenn ihr denkt, dass es nicht sicher ist, etwas zu teilen, verschränkt bitte eure Arme, wie die Person links, um es für euch zu behalten. Wenn ihr genug Platz habt oder aufstehen und euch bewegen wollt, dann könnt ihr dafür auch aufstehen. Ihr müsst bloß schauen, dass ihr genug Platz um euch herum habt, um eure Arme auszustrecken, wenn man es verraten kann. Los geht's mit dem ersten Beispiel. Hier haben wir Telefonnummern. Denkt darüber nach. Ist das etwas, das man für sich behalten sollte oder das man verraten kann, wenn man online ist? Nicht vergessen, verschränkt eure Arme, wenn ihr denkt, ihr solltet es für euch behalten und streckt eure Arme aus, wenn ihr denkt, man kann es verraten. Das wäre vielleicht ein Zeitpunkt, um das Video anzuhalten, wenn ihr wollt. Okay, mal sehen, was die richtige Antwort ist. Die Antwort ist für sich behalten. Ihr solltet Telefonnummern für euch behalten, wenn ihr online seid. Dazu gehören auch die Telefonnummern eurer Freunde und Familie. Behaltet diese persönlichen Informationen für euch und schützt sie. Ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht richtig hattet. So lernen wir häufig am besten. Okay, sehen wir uns noch ein Beispiel an. Was ist mit Bankdaten? Für sich behalten oder verraten? Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, das Video anzuhalten, um nachzudenken und Play zu drücken, wenn ihr euch entschieden habt. Erinnert euch an diese Schritte. Mal sehen, was die richtige Antwort ist. Für sich behalten. Ja, Bankdaten sollte man auf jeden Fall für sich behalten. Bankdaten sind wichtige persönliche Informationen und müssen geheim gehalten werden. Wenn euch online jemand nach Geld oder Bankdaten fragt, dann wendet euch bitte direkt an einen Erwachsenen. Jetzt sehen wir uns ein anderes Beispiel an. Was ist mit eurer Lieblingseissorte? Solltet ihr eure Lieblingseissorte für euch behalten? Oder ist es okay, sie zu verraten? Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, das Video anzuhalten, während ihr darüber nachdenkt oder euch austauscht. Also, verschränkt ihr eure Arme, um es für euch zu behalten, oder streckt ihr sie aus, um es zu verraten? Ich frage mich, wie wohl die Antwort lautet. Oh, schaut mal, Sammy ist herbeigeflogen, um es uns zu zeigen. Die Antwort ist verraten. Super, Sammy, du hast die richtige Geste gemacht und deine Flügel ausgestreckt. Ihr könnt Leuten sagen, wie euer Lieblingseiss heißt oder ob ihr gerne Pizza esst, denn viele Leute mögen diese Dinge auch. Was ist wohl deine Lieblingseissorte, Sammy? Erdbeereis. Oh, eine gute Wahl. Meine Lieblingssorte ist Schokolade. Gut, nehmen wir noch ein Beispiel. Euer vollständiger Name. Diese Person hat ihren Vornamen, ihren zweiten Vornamen und ihren Nachnamen als Benutzername bei einem Spiel verwendet. Was meint ihr? Für sich behalten oder verraten? Vergesst nicht, zu überlegen und dann die Geste zu machen, wenn ihr wollt. Auch das könnte wieder ein Moment sein, um das Video anzuhalten. Was ist also die Antwort? Für sich behalten. Euer vollständiger Name ist ein wichtiger Bestandteil eurer persönlichen Informationen. Verwendet in Benutzernamen nicht euren richtigen Namen. Benutzernamen sind öffentlich. Jeder im Internet kann sie also sehen. Noch zwei. Das nächste ist euer Passwort. Jemand bietet euch Hilfe an und sagt, er braucht euer Passwort. Für sich behalten oder verraten? Ihr könnt das Video wieder anhalten und darüber nachdenken oder euch austauschen. Also, sind eure Arme verschränkt, um es für euch zu behalten? Oder weit geöffnet, um es zu verraten? Die Antwort ist, für sich behalten. Denn gebt niemals jemandem euer Passwort. Auch nicht, wenn euch jemand helfen will. Leider wollen manche Leute andere reinlegen, damit sie ihnen ihre Passwörter verraten. Aber euer Passwort ist nur für euch bestimmt. Okay, jetzt kommt unser letztes Beispiel. Oh, hier erscheint eine besondere Warnung. Das wird eine super schwere Frage. Ihr müsst wahrscheinlich zusammenarbeiten oder richtig gut nachdenken. Mal sehen, was nun kommt. Euer Geburtsdatum, wenn ihr ein Benutzerkonto erstellt. Das habt ihr vielleicht schon mal selber gesehen. Was solltet ihr tun? Für sich behalten oder verraten? Denkt gut darüber nach oder tauscht euch aus. Ihr könnt das Video jetzt anhalten, wenn ihr wollt. Hm, mal sehen. Das ist knifflig. Oh, seht mal. Sammy sagt, es ist okay, es zu verraten. Was meint ihr? Nun, ich kann euch sagen, Sammy hat recht. Die Antwort ist, verraten. Ihr habt vielleicht gesagt, für sich behalten. Und ich kann das total verstehen. Es stimmt, dass ihr es online niemals einer anderen Person oder einem Spieler verraten solltet. Aber hier ging es darum, ein Benutzerkonto zu erstellen. Euer richtiges Geburtsdatum hilft dem Spiel oder der App, die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Manche Spiele haben bestimmte Sicherheitseinstellungen für Spieler unter 13. Oh, danke, Sammy. Sammy hat mich gerade daran erinnert, dass es am besten ist, ein Benutzerkonto gemeinsam mit einem Erwachsenen zu erstellen, damit ihr jemanden habt, der euch bei Fragen oder wenn ihr unsicher seid, helfen kann. Okay, das war's mit für sich behalten oder verraten. Hoffentlich hat es euch so viel Spaß gemacht wie Sammy und mir. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es war wirklich gut zu überlegen, was wir für uns behalten sollten und was man ruhig verraten kann. Aber fassen wir mit ein paar Tipps noch einmal zusammen, was wir gelernt haben. Hier ist der erste. Passt auf, wenn ihr Online-Fotos teilt. Stellt sicher, dass sie keine persönlichen Informationen enthalten, zum Beispiel jemanden vor seiner Schule. Erstellt neue Benutzerkonten gemeinsam mit Erwachsenen. Sie können euch helfen und herausfinden, ob die App okay ist. Behandelt eure Passwörter wie eure Zahnbürste. Genau wie Zahnbürsten sollten Passwörter niemals mit anderen geteilt werden. Und am allerwichtigsten, sagt es sofort einem Erwachsenen, den ihr kennt und dem ihr vertraut, wenn euch jemand nach persönlichen Informationen fragt oder wenn euch online etwas schockiert. Das war's dann. Das ist die S-Regel. S steht für sicher. Behaltet eure persönlichen Informationen für euch. Nun kennt ihr die S-Regel. Wie geht es jetzt weiter? Wir hätten da drei Challenges, die ihr vielleicht ausprobieren wollt. Nummer 1. Erstellt euer eigenes Für-sich-Behalten-oder-Verraten-Quiz. Ihr könntet euch eigene Beispiele ausdenken und anderen die Gesten beibringen. Nummer 2. Macht ein Poster, auf dem steht, Passwörter sind wie Zahnbürsten und erklärt, dass Passwörter nicht geteilt werden dürfen. Nummer 3. Denkt euch Superhelden aus, die den Menschen helfen, ihre persönlichen Informationen zu schützen. Wie sehen sie aus? Wie helfen sie den Menschen? Sucht euch die Challenge aus, die euch gefällt oder versucht es mit allen drei. Für die Erwachsenen gibt es auf unserer Webseite besecure.lu noch viel mehr Informationen über Sicherheit im Internet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.